Was ist das? Eine Schulaufgabe vielleicht. Seh ich selber auch. Ja und mir doch egal. Ja, aber nicht. Es ist der dritte Sechser in dem Monat. Willst du die Schulaufbahn verderben? Stress nicht rum, Alter. Raus jetzt. Nicht in den Turm. Entweder du lehrst jetzt oder du kriegst Internetverbot. Mist, das gibt's doch nicht. Kein Empfang? Nein. Ach, Kindchen, warum bist du denn so verzweifelt? Woher kommen Sie denn jetzt? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin die Gretel. Was ist mit dir los? Schaust du verzweifeln. Ja, bin ich auch. Du bist 60, doch mein Kind. Was ist denn passiert? Ja, ich bin von zu Hause weggerannt, weil ich Stress mit meiner Mutter hatte und jetzt ist er nicht mal Empfang und ich kenn mich hier nicht aus. Alles schaut gleich aus. Ich find nicht mehr nach Hause. Aber es gibt doch so viele Freunde, die dir bestimmt helfen. Ja, und wo denn? Wo denn? Denn nirgends nichts ist hier. Welche Freunde denn? Alle. Pass doch auf. Ich pass doch auf. Ich passe überhaupt auf. Mach mal deine Augen auf. Mach ich doch. Wer seid ihr denn? Ich bin Pink. Und ich bin Pong. Und was seid ihr? Wir sind die Gnome aus dem Wald. Was für eine Frage. Und wer bist du? Du siehst ja so riesig aus. Ich bin Steffi. Und warum siehst du so verzweifelt aus? Ja, ich bin von zu Hause weggerannt, weil ich mich mit meiner Mutter gestritten habe. Aber wir streiten doch auch immer. Und verstehen uns trotzdem gut. Ja, und ich kann irgendwie mit niemandem über meine Probleme reden. Doch. Du hast doch mit uns. Genau. Also seid ihr meine Freunde? Ja. Außerdem. Du redest doch mit uns. Ja, stimmt. Irgendwie gefällt ihr mir. Ihr seid echt lustig. Du auch. Aber jetzt finde ich leider den Weg nicht mehr nach Hause. Ich habe mich schon verirrt und verlaufen. Das ist blöd. Wir können dir ja den Weg zeigen. Das wäre nett. Ich glaube, es geht da lang. Da lang. Nein, da. Ja, wie jetzt? Wo muss ich hin? Ja, wo wohnst du denn eigentlich? Weit München. Ach so, das ist da. Da lang. Und denk immer dran, du musst immer die Augen aufhalten. Dann findest du immer den richtigen Weg. Danke euch. Ihr wart mir echt eine große Hilfe. Jetzt könnten wir bitte noch ein Abschiedsfoto machen, damit ich euch immer in Erinnerung habe. Ja. Seid euch bitte mal kurz auf. Oh, das ist mein erstes Foto. So ist schön. Danke euch. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Komm jetzt. Oh, Papa, hast du das? Ich pass doch auf. Die Leute vermeiden, wenn dieses Zeug hier immer rumliegt. Das ist mein erstes Foto, das ist mein erstes Foto. Komm, ich mach uns jetzt was zu essen. Ich komm gleich, ich steh nur noch mal auf meinem Zimmer. Musik Kamera los! Und los! Scheiße! Kamera läuft weiter, die lassen das an! Oh, dann hier ist nichts! Nichts ist sie! Woher kommen sie denn jetzt? Wir sind sie! Gut! Danke! Come on! Action! Nochmal! Pilze und Fisch! Ein Fisch! Wie wollen wir das drehen? Hier draußen! Komm kurz drübe drübe! Wir machen uns jetzt Fisch! Ich mach uns jetzt Fisch! Ich mach uns jetzt Fisch! Hallo! Guten Tag! Ich komm grad drübe drübe! Fisch! Wow! Fake it! Du Schlawiner du! Das ist Fisch! Das ist Fisch! Das ist Fisch! Die Kamera hättest du da stehen lassen können! Boah! Hi! Hallo! Die Kamera ist wieder hierher! Wir müssen aus dieser Position helfen! Aus dieser Position! Ja, ja! Don´t Worry! Seemch! Ein Kamera schwenk! Ein Kamera schwenk! Der Schuhbandl ist offen. Ich mach was Nettes zu essen. Weil sonst kriegen wir den Ton nicht richtig rein. Alles gefasst? So einigermaßen so.